Wie ihr vielleicht schon erkennen konntet, haben wir heute Raft gespielt. Und da war natürlich Chaos vorprogrammiert. Viel Spaß! So, ich brauch sieben Blätter, eine Planke und ein bisschen Schrott. Brauch Kunststoff. Ja, jeder sammelt jetzt erst. Das ist eine erste Insel. Wir schwimmen auf eine Insel zu. Wait, der Hai ist gerade unser Floß. Welches Floß, Mann? Dein Floß ist so minimal klein. Ey, Jungs, guck mal, ich kann fliegen. Warte, ich muss an, Felix hochspringt. Ich war gar nicht übelst hoch. Ja, ne, ist übel nice. Wollen wir mal das Vers. Deja, hast du es gesehen? Ja. Ich mach jetzt noch mal, um uns zu verteidigen. Ich chase nicht. Na, Liga, komm, du Hacker, du Hacker. Die haben auch gut geworfen. So ein Ding ist das, Jungs. So ein Ding ist das. Wie nice das einfach aussah. Wie nice das einfach aussah. Holy shit. Ey, hi. 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 Wie jeder sein scheiß Teil draufwirft. Na, komm, Digga, halt einmal. So. Ich hab noch ein Palmenblatt. Na, warte hier. Ja, bene, wie du noch zurück zu mir guckst. Für Wichser. Das ist meins. Das ist so meins. Also hier ist das Wasser. So. Nein. Nein. Ihr müsst noch einen Becher machen. Ihr müsst noch einen Becher machen. Ja, ich hab schon einen Becher gemacht. Können wir machen. Ich hasse diese Becher nicht. Ey, ich war Hunger gerade. Verpiss dich. Meins. Yo. Das hat bei mir komplett rumgebackt. Kompletter Scam. Okay, ich hab ein Paddel. Jeden Moment. Oh, Kunststoffein. Ich hab ein Paddel. An der Seite wo ich paddel, da schwimmen wir hin, oder? Ja. Funktioniert ein Paddel. Vince, kannst du mir ein Kunststoff geben. Jo. Warte, ich würd gern dran fahren eigentlich. So easy nämlich, so ein Ding ist das. Der Anker ist da, ne? Ja. Ja, noch nicht, noch nicht. Hat wer eine Axt? Nein. Ne, aber wir, wir, wir haben ja genug Zeit actually. Weil wir mit Anker können wir ja nicht wegfliegen. Wegfliegen? Wegfliegen. Geil. Naja, das ist so unkontrolliert, Alter. Hä, was für unkontrolliert? Nein, das können wir nicht angeln, Mann. So, ich dock jetzt jeden Moment an. Angedoppt. Bam. Anker. Oh Gott. Ey, unser Boot ist halb kaputt gegangen deswegen. Ich muss was. Ich muss was. Komm, Vince, wir raiden die Insel. Der Anker ist ein Wasser, ne? Ja. Gelbe Blume, ich brauch keine scheiß Blumen, Alter. Ich hab Palmsamen. Wichtig, wichtig, sehr wichtig. Du wirst, es wär wichtig, dass wir eine Axt bauen, um das ganze Holz hier zu raiden. Ja, Digga, guck mal, was ich in der Hand hab. Ne Axt? Ja. Geil. Ja. Scholls. Oh, hier ist ne, hier ist ne Kiste. Alter war da viel drin, holy fuck. Äh, der Heiko war krass und ich kann gegen ihn nichts machen. Ja, das ist nicht schlimm, wenn er eine Sache aufisst. Ich hab by the way einen Bolzen äh, gefunden. Kann ich ihn hier nicht rein machen? Okay, wait, ich tu mal, ich tu mal. Komm da nicht ran. Ich tu mal ein paar Sachen erforschen. Ey, Vince, brauchst du Schrott, ne? Guck mal hier, gönnt ihr Schrott. Und wenn ich einfach mit Kunststoff? Hier, Kunststoff. Nagel. Nagel. Und Schrott. Okay. Das, was Rav gibt, muss man bauen. Da ist ne HE, die kannst du wieder beschlechen, danke. Macht ihr doch nen Speer. Ich geh aber gar nicht mehr an. Hier repariert man eigentlich die Sachen. Guck mal, Jungs, um rechts, dass wir tolles freigeschaltet haben alles. Oh geil, mittlere Anlauf. Wir müssen so nen Reiniger, so nen großen Reiniger. Guck dir an, guck dir an, guck dir an, Achtung, da wird gleich richtig viel oben sein. Wir können jetzt bessere Sachen bauen. Bessere, ähm, besseren Haken, bessere Axt, bessere Angel. Heute ist der Hei gehabt bei dir. Vince, wo bist du? Der Hei ist gerade bei Vince. Was ist so? Der Hei ist nicht bei Vince, der Hei ist nicht bei Vince, der hat nicht gerade gejumpscared. Holy fuck. Können wir weiter, oder bist du denn noch grad irgendwo am Boden? Ich hätte gerne irgendwie... Ich bräuchte... Warte mal, wie macht man noch mal trockenziegel? Zwei Samz, zwei Tonen. Ich hab weder noch. Der nächste Fisch, ich fange raus. Ich schwimme erstmal nach. Ey, was macht unser Scheißraft, Alter, wohin bewegt sich das? Eier, 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 Eier. Irgendwie sind wir auch ohne Ankerstag. Ich hab's Gefühl, wir müssen links dran vorbei, oder? Ja, wir müssen da, da lang. Richtung Norden. Ja, actually schon. Woher weißt du, wo Norden ist? Weiß ich nicht, das hab ich einfach nur so gesagt. Traurig. Ah, die Insel ist zu fett, Alter. Ja, du Scheißpadel. Was, wir drehen uns. Was? Hast du's so? Äh, Vince? Jetzt was. Jux. Ihr müsst mich auch mitnehmen, ne? Ich muss es nicht. Okay, let's go. Let's go. Vielleicht möchte ich irgendetwas Bett legen könnte da. Ja, mich auch. Was hast du da jetzt rein platziert? Kartoffeln. Was? Jo, yeah, in das mittelgroße Feld ballert er eine Kartoffel rein, wann. Was sollte da rein? Andern was? Ne, okay, dann warte ich. Das dauert nicht. Das können wir nächstes Mal machen, wenn nächstes Mal. Ja, wäre schön. Achtung, Hei kommt, Hei kommt, Hei kommt. Er muss langsam mal tot sein. Oh, er ist tot, er ist tot. Ich bin tot. Hast du Astin Gans? Jaaa. Oh, Ili, ey, wie du rumwackelst. Und ne rohe Seetang. Wir brauchen erstmal, wir brauchen erstmal ne Schmelze, weil damit kann man Metall, Erd, Sand und Seetang zu diesen, äh, Metall, Baden, Gletter, Pflanzen, Glas. Jungs, es wird stimmig. Glas? Ich brauche das nächste, der Essen ist wirklich groß. Glas ist super, Glas ist super. Okay, Digga, ja, ja, back rum, back rum. Oh, links. Hat die wer? Ja. Na ja, was? 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 Scheiß Sturm. No joke. Ja. Was? Was macht ihr da eigentlich? Irgendwer kann nicht angeln heute. Äh, nicht angeln, haken. Ich, 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 ich. Junge, was ist mit unserem Raft los, Alter? Das schaukelt hin und her wie Alkohol hier. Ich hoffe, dass hier ein Sturm ist. Ne. Wait, ganz links ist ne Insel, da kommen wir aber nicht hin. Lass mal, ein Segel bauen. Aber lass das Segel nicht mitten rein stellen. Nein, lass das ein bisschen weiter bauen, da Segel. Oh, ich kann da eins bauen. Alter, wieso kostet das eigentlich so unfassbar viel? Weil es ein Segel ist, was eigentlich ein Miss Game Changer ist. Okay, wohin? Ich würde es rein theoretisch entweder hier hinter das Beet placen oder vor das Bett. Place mal das Segel hier hin. Hier, hier, hier. Ja, okay, gut. Ja. Fossbett, ich fossbett. Warte. Ja. Junge, der Scheißknecht guckt in die falsche Richtung. Wir brauchen zwei Ton und zwei Sand. Dann haben wir in den nassen Ziegeln, dann können wir einen Trocknen Ziegel craften, dann können wir einen Ofen bauen und dann ist die Welt schön. Ich muss erstmal was essen, bevor wir rüber. Und dann, nachdem wir die Insel geradet haben, stellen wir uns alle aufs Floß. Oh! Man kann sich hier hochbacken. Komm schon, komm schon, komm schon. Der kann das Essen bitte mal langsam fertig werden. Nein, noch nicht, noch nicht. Lass uns, lass uns. Wait. Geht nicht ohne mich. Guck mal, ich bin einfach am Wallclimpen. Jungs, ich habe eine neue Technik zu laufen. Du hast wie lange gebraucht bitte das Haifleisch. Gibt es irgendwie stärkere Grills? Ja, gibt es. Ja, bessere. Wo sind die, wo sind denn hier Bodenschutze? Da sind Bodenschutze. Ich hoffe mal, dass der Hai jetzt mich nicht raidet hier hinten. Hier ist nämlich so fucking viel. Was ist das denn? Für einen Stein. Ist das Kupfer? Metall. Ja, wir bauen Sand und Ton. Da ist Sand. Zwei Sand und zwei Ton mindestens. Hier ist halt so viel. Ah ja, und die Algen könnt ihr auch mitnehmen, weil die kamen auch in den Ofen. War ja was. War ja was. Okay, wo ist der Hai gerade? Ich weiß es actually nicht, ich bin grad ganz alleine. Der Hai ist hier bei mir, der Hai ist hier bei mir. Aber ich tanke, ich tanke eh mehrere Ritz, von daher kann ich das eigentlich hier unten absuchen. Ha, Hai, wer ist das? Hi. Ah, das bist du, okay, nice. Äh. Ne, drei Säule. Eee, ne du fucking Gans, Junge. Gans? Einfach keine Möwe, sondern eine Gans. Ganz dünnes Eis. Ich bin auf dem Weg. Guck mal, ich seh dich sogar schon. Ja, wie du da langtuckerst. Ja, ich hab kein Trinken. Warte, dann ess mal eine halbe Melone. Komm her. Hallo, da. Ist meine Melone. Hör auf mich mit deinem weißen Samen abzuwerfen. Tja, wie du die isst. Jungs, wir haben so viel Stuff. Das war erfolgreich. Jungs, weißer Ziegel hingeplaced. Ja, dann lass mal aus, ja. Perfekt. Der Hai macht noch kurz das Raft kaputt. Ja, dann haust du jetzt. Ja, haust du jetzt, Vincent. Los, wir beenden die Scheiße. evolves die Scheiße. Naimo.